Geh einfach ins Leben, spür die Freiheit mit mir, nur lass mich leben mit dir. Was ist Hand Up? Hand Up. Hand Up. Hand Up wird unser Leben brechen, erweitern, verändern. Wir werden ganz groß ins Business einsteigen. Warte hier. Ich habe eine Idee. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Schau. Siehst du das? Was? Hier ist etwas Ekliges auf meiner Hand. Warte. Warte. Siehst du? Schau. Schau. Ich werde eine getönte Tagescreme entwickeln für die Hände. Ich werde groß ins Internet einsteigen. Schau. Schau, wie jung deine Hände sind. Die Haarverarbeit tut dir nicht gut. Schau. Schau. Siehst du das? Um Jahre gejüngt. Zeig deine andere Hand. Die ist sehr gut. Die ist sehr gut. Ich werde hier zu Hause, Wright. Ich werde hier ein Studio öffnen. Ich werde ein Studio öffnen. Wright, wir werden die Leute hierhin einladen. Ich werde ihre Hände massieren. Ich werde sie eincremen. Ich muss eine Formel machen. Wenn ich meine ganzen Cremes zusammenmixe, dann wird Hand Up entstehen. Jennifer, das musst du nicht tun. Du, Wright. Ja. Das können wir teuer verkaufen. Verstehst du? Nein. Wir können eine Creme entwickeln, die wir verkaufen. Aber wir haben die Creme nicht. Noch nicht. Und ich werde mich wieder blond färben. Ja. Und ich werde die Creme verkaufen. Wir haben einen Plan. Wir haben ein Problem. Creme. Creme. Plan. Problem. Was wird sich durchsetzen?